Ich bin irgendwie auf dem Trading gekommen. Also ich wollte irgendwas in meinem Leben machen, vor allem, also ich bin jung und habe meine Zukunft vor mir. Dann habe ich gesagt, okay, ich will irgendwas aufbauen, irgendwelches Geschäft. Und dann habe ich recherchiert, überall bin ich irgendwie auf dem Trading gekommen und dann über Internet zu euch kennengelernt. Okay, das kann irgendwie etwas für mich sein, das ich in Zukunft machen kann und das Potenzial und Kapazität habe ich auch. Ja, ich wollte wirklich irgendwas für meine Zukunft aufbauen. Vor dem Coaching war ich irgendwie siellos. Also ich habe nicht irgendetwas Bestimmtes vor mir gehabt, langfristig zu machen. Ich habe einfach gemacht, was gekommen ist. Klar und strukturiert. Strukturiert sagt man, oder? Jetzt weiß ich, was ich will und wohin will ich. Deswegen gebe ich alles, was ich habe. Nein, ich habe gar keine Erfahrung oder Info über das Trading. Also von Börsen und Aktien habe ich immer gehört, aber Leute haben immer gesagt, hey, halt, 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 halt. Das ist etwas sehr riskant, lieber nicht einladen. Ach so, einladen. Aber ja, jetzt sieht es anders aus. Okay. Ja, ich habe mal vor drei Jahren glaube ich bei einem Projekt Geld investiert, sie haben gesagt, ja, wir investieren das in digitale Sachen und so, dann kannst du mehr profitieren. Also halt einfach die anderen Leute machen lassen und es hat nicht geklappt. Mein Trefferkort im Moment liegt zwischen 75 bis 86. Also wenn ich in den letzten sechs Monaten zurück schaue, ich habe ein guter Trefferkort. Im Moment ist das Eigenkapital. Das alles portioniert ist und im Trading-Bereich, es gibt so viele Informationen, so viele Daten, wo man, also, dass man beachten muss. Aber hier im Coaching ist alles verkost und genau erklärt, da muss man aufpassen, da muss man aufpassen, genau wie Auto fahren. Es gibt klare Regeln, da muss man beobachten, kontrollieren, weitergehen, kontrollieren, also den Link einschalten, wieder so. Das ist genau so, also das, wenn man wirklich nach den Regeln tradet, dann kriegt man das auch hin und es funktioniert. Sehr, sehr. Also ich würde, wenn man mit der Börse, mit dem Trading, vor allem Volumentrading machen will, dann würde ich sehr empfehlen, das, also das Ausbildung bei euch zu machen. Das Ausbildung bei euch zu machen. Vielen Dank.